Evi, jetzt mit uns noch mal! Und jetzt mit uns noch mal! Evi, du kannst ihn auch mal umdrehen, wir sind keine Freunde! Warum müsstest du jetzt so schnell gehen? Spielen! Moment, spielen! Und jetzt mit uns noch mal! 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 Gehen Sie nach oben, oben! Einbetrieblich hoch! Einbetrieblich hoch, komm! Applaus für die Evi! Da sieht man mal, was eine wunderliche Idee ausmacht!